Musik Hallo Lego Freunde, schön dass ihr wieder reinschaut bei Bricks4Joe. Diesmal habe ich für euch wieder ein kleines Exklusivset aus dem Jahr 2016. Und zwar nennt sich das Set Valentinstag Hund, die 40201. Das ist das erste Saisonalset aus diesem Jahr. Das Set enthält 150 Teile, keine Minifiguren, keine Sticker und die Altersempfehlung von Lego ist 7+. Und vorne auf der Schachtel gibt es ein rotes Herz auf der rechten Seite. Da sind Linien drin reingezogen. Da kann man sicher den Namen reinschreiben, wenn man das denn gerne zum Valentinstag verschenken möchte. An seinen Liebsten oder an seine Liebste. Und hier haben wir auch schon den kleinen süßen Hund. Ich nehme an, das soll ein Beagle sein oder was. Ich habe es nicht ganz rausgekriegt, aber es ist auf jeden Fall ein niedlicher kleiner Racker mit einer rosanen Zunge. Der kleine Plastikhund ist ca. 10 cm hoch. Und an seinem Körper finden wir insgesamt 4 Kugelgelenke, die wir ja schon aus den Mixelsets kennen. Der kleine Hund soll übrigens keinen weißen Bauch haben. Das soll ein weißes Hemd darstellen mit einer roten Fliege. In der einen Hand hält er ein rotes Herz, das aus insgesamt 8 Teilen besteht. Das hält er fest so ein bisschen wie ein Schild. Und in der anderen Hand hält er den typischen Lego Pfeil und Bogen. Durch seinen Pfeil und den Bogen wirkt der kleine Hund so ein bisschen wie ein Amor. Amor ist ja in der römischen Mythologie der Gott der Liebe. Er wird oft dargestellt als blond gelockter kleiner Junge mit Flügeln und einer Windel dran, der mit Pfeil und Bogen auf die Herzen der Menschen schießt. Aber nicht um sie umzubringen Gottes Willen, sondern um in ihren Herzen die Liebe zu erwecken. Ist das nicht schön? Und das kann vielleicht auch unser kleiner Hund hier, wenn wir ihn denn unser Liebsten oder dem Liebsten schenken. So kommen wir auch schon wieder zur liebevollen Bauanleitung. Diese ist natürlich mit den 150 Teilen schnell durchgearbeitet. Zum Schluss gibt es noch eine Teileliste. Seltene Teile finden wir in diesem Set jetzt nicht so. Dafür gibt es hier auf der Rückseite schon die Produktempfehlung für das nächste Set. Das wird sicherlich zu Ostern kommen. Wir sehen ein lustiges Küken mit großen Kulleraugen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder für die Aufmerksamkeit und hoffe, ihr schaut mal wieder rein bei Bricks4Joe. Tschüss!